So Leute, der Bitcoin-Crash setzt sich weiter fort und im heutigen Video werden wir uns ganz genau anschauen, wer gerade Bitcoin verkauft und den Preis von Bitcoin und Altcoins nach unten schickt. Ich kann euch wirklich sagen, dass ihr heute ist ein Video, das ihr auf gar keinen Fall verpassen wollt. Wir haben super wichtige Sachen zu besprechen. Einmal natürlich die Trading-Strategien, dann was ich persönlich mache und auch alles andere. Deshalb bleibt auf jeden Fall vom Anfang bis zum Ende dran. Und damit willkommen zurück meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man die Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke. Und dann lasst uns auch direkt mal loslegen. Und Bitcoin ist bis zu meiner Organschen-Linie bei 95.000 Dollar hingegangen. Wir haben versucht, hier wieder nach oben zu kommen. Jetzt sind wir da drunter gebrochen und wir haben das Ganze auf dem Weg nach oben noch einmal getestet. Es ist uns nicht gelungen, drüber zu brechen. Jetzt sehen wir eine große rote Kerze, die weiter nach unten geht. Es gibt momentan viele Leute, die am Markt Panik haben. Und klar, ist auch verständlich, vor allem wenn ihr neu am Kryptomarkt seid. Aber jetzt gerade, wir haben bis jetzt ein 7,5%igen Pullback gesehen. Von ganz, ganz oben halt. Die Frage ist jetzt natürlich, wie wird die nächste große Bewegung für Bitcoin aussehen? Werden wir jetzt wieder einen Bound sehen oder aber werden wir weiter nach unten gehen? Außerdem, zweitens, wer, also warum gehen wir überhaupt nach unten? Wer ist der eigentliche Verursacher von diesem Job? Okay, jetzt lasst uns das alles einfach mal etwas genauer betrachten, bevor wir über Ethereum, Solana, Doge, meine Strategien und so weiter sprechen werden. Also, wer verkauft hier momentan Bitcoin? Naja, wir wussten, dass das 100.000 Dollar Level, dass das von vielen Bären verteidigt werden würde. Also das war klar. Sobald wir also diese orangenen Linie erreicht hatten, haben die Leute angefangen, den Bitcoin-Markt zu shorten. Und das war ein richtig, richtig großer Bereich, den wir durchbrechen mussten. Das haben wir erstmal nicht geschafft. Beim ersten Mal, beim zweiten auch nicht. Also auf dem 4-Stunden-Shirt. Und wir sind dann wieder nach unten gegangen. Das ist erstmal alles in Ordnung. Wenn man sich auch mal die Geschichte anschaut. Also genauso, wie ich euch gezeigt habe. Wir haben einen 7,5-prozentigen Pullback. Wenn wir uns mal die Geschichte anschauen. Wenn wir uns, also wir zoomen mal ein bisschen raus auf dem Wochen-Chart. Dann sehen wir immer noch verdammt gut aus. Ihr dürft nicht vergessen, in jedem einzelnen Bullenmarkt. Hier schaut mal auf dem Tages-Chart. Schaut mal. In jedem einzelnen Bullenmarkt haben wir immer wieder Korrekturen. Wie groß sind die Korrekturen im Zyklus 2020 gewesen? Lasst uns das Ganze mal anschauen. Also hier, da hatten wir 10% Pullback. Dann an dieser Stelle hatten wir, und das ist als Bitcoin von 10.000 Dollar bis auf 64.000 Dollar gegangen ist. Da hatten wir 16%. Hier hatten wir weitere 12%. Hier weitere 10%. An dieser Stelle, da waren es, naja, das waren fast 20%. Hier war ein großer, das waren 30%. Das, das waren 25%. Hier auf dem Weg nach oben, das waren 20%. Und hier an dieser Stelle, gut, da sind wir dann in den Bärenmarkt eingetreten. Das war der letzte. Und dann haben wir angefangen, wirklich stark nach unten zu gehen. Und selbst hier, schaut mal, wie viele Korrekturen wir gehabt haben. Und wenn euch das nicht reicht, lasst uns mal 2017 anschauen. Da sind wir von, Moment, also eigentlich von 1.000 Dollar bis 20.000 gegangen. Hier, der Pullback, 35, der 40%. Hier an dieser Stelle, 40%. Wir haben hier die ganze Zeit Pullbacks von 40% gehabt. Allerdings muss man dazu sagen, dass wir beim nächsten Zyklus, also im letzten Zyklus, eher 20%, 30% gehabt haben. Ich würde schätzen, dieses Mal werden es eher 10% bis 15% sein. Seht mal hier, wieder 32%. Hier an dieser Stelle, da haben wir auch nochmal, wirklich bevor, kurz bevor wir das Top gehabt haben, haben wir nochmal einmal 25% gesehen. Was ich auch noch einmal dazu sagen möchte, ist das, was wir gerade für den Preis von Bitcoin sehen. Dieser Pullback, den wir gerade gehabt haben, als wir es nicht geschafft haben, die 100.000 Dollar Marke nach oben zu durchbrechen. Das erinnert mich ganz ehrlich an, ich glaube, September 2017. September 2017. Lass uns das mal ganz kurz anschauen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Moment. Ich weiß nicht, ich war da gerade im Urlaub, hab mir den Chart angeschaut. Und wir hatten so große Probleme, durch 5.000 Dollar durchzubrechen. Haben wir einfach nicht geschafft. Danach gab es eine signifikante Korrektur. Und dann sind wir richtig krass nach oben gegangen. Hier, genau. September 2017. Schaut mal. Für einen Tag haben wir versucht, da durchzubrechen. Das Sentiment war genau das Gleiche, wie wir hier gesehen haben, als wir versucht haben, die 100.000 Dollar zu durchbrechen. Alle waren euphorisch. Dies, das, jenes. Wir haben es allerdings jetzt, wie man unschwer erkennen kann, nicht geschafft. Zwei Tage lang haben wir es versucht. Dann sind wir nach unten gegangen. Und wir hatten eine relativ signifikante Korrektur. Schaut mal. Die war immerhin 40%. Und es gab noch eine andere Sache, die veröffentlicht worden ist. Ich glaube, das war gleichzeitig das... Ich glaube, China hat mal wieder Bitcoin verboten oder irgendwie sowas. Ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau sagen. Aber irgendwie sowas war das. Und das hat natürlich auch etwas damit zu tun, was diese ganze Bildung nach unten nochmal verstärkt hat. Trotzdem, das Gefühl, was ich damals gehabt habe, das war exakt das Gleiche, was ich jetzt gehabt hatte, als wir es nicht geschafft haben, die 100.000 Dollar zu durchbrechen. Und jetzt schaut mal. Wir sind wieder nach oben gegangen. Wir hatten einen Mega-Run nach oben. Und dann haben wir irgendwann die 20.000 Dollar erreicht. Außerdem, wenn wir mal rauszoomen, schaut mal hier auf diesem Chart. Das ist auf dem Wochenchart. Und in jedem einzelnen Zyklus nach dem Halving. Das Halving ist die grüne Linie. Da konsolidieren wir normalerweise. Und dann, wir gehen mal ganz an den Anfang. Also, ja, das ist das Erste. Nach dem Halving konsolidieren wir. Dann Riesen-Run nach oben. Hier. Wir haben das Halving. Wir konsolidieren. Dann haben wir einen Riesen-Run nach oben. Hier wieder. Wir haben das Halving. Wir konsolidieren. Wir haben einen Riesen-Run nach oben. Und auch hier kann man wieder sehen, wir hatten das Halving. Wir hatten eine super lange Konsolidierung. Mega lange. Und wir brechen nach oben. Was mich also angeht, das ist nichts, weshalb man sich Sorgen machen sollte. Tatsächlich, die Korrektur, die wir gerade sehen, die ist sogar viel, viel weniger als das, was man eigentlich in einem Bullenmarkt erwarten sollte. Das bedeutet, wir sind tatsächlich in der letzten Zeit schon eher ein bisschen zu verwöhnt gewesen, dass wir relativ schnell und relativ gut nach oben gegangen sind. Seitdem wir hier durch die 17.000 Dollar durchgebrochen sind, sind wir fast in einer geraden Linie nach oben gegangen. Korrekturen, klar, immer wieder wichtig, dass wir die haben. Da werden die Hebel aus dem Markt gespült. Es bringt einfach eine bessere Struktur, um weiter nach oben zu gehen. Aber natürlich, klar, wenn ihr gerade Panik habt, wenn ihr wirklich extreme Bedenken, extreme Bedenken um euer Wohlbefinden habt, einfach weil ihr zu krass im Kryptomarkt feststeckt, dann solltet ihr handeln. Lasst eure Gesundheit nicht eben diese, ja, was soll ich sagen, lasst das Trading nicht über eure Gesundheit gehen. Auf gar keinen Fall. Und dann solltet ihr einfach daraus lernen und das nächste Mal tradet nicht mit so viel Geld. Nehmt die Verluste, dann könnt ihr abends schlafen. Also wenn ihr wirklich super viel Angst habt, falls ihr kein, also wenn ihr ein gutes Risikomanagement habt und kein schlechtes und ihr habt eine Strategie und ihr hattet diese Strategie die ganze Zeit und ihr seid vorbereitet auf diesen Pullback, dann, wenn überhaupt, ist das eine mega gute Kaufgelegenheit. Wenn ihr zu eurem Bitcoin-Stack was hinzufügen wolltet, dann bekommt ihr gerade einen 8%igen Discount. Ich meine, ist doch eigentlich eine gute Sache, vor allem wenn man langfristig davon überzeugt ist. Jetzt würde ich allerdings mal sagen, schauen wir uns mal an, wer hier überhaupt die Bitcoin verkauft. Und zwar sind es, Moment, äh, hier, diesen Chart wollte ich euch zeigen. Und zwar sind es tatsächlich die Long-Term-Holder, die angefangen haben Profite zu nehmen. Long-Term-Holder, in diesem Fall sind es die Leute, die Bitcoin seit mehr als 6 Monaten halten. Wenn ihr euch mal diese grüne Linie anschaut, die zu rot wird, dann kann man sehen, dass das Angebot, das von langfristigen Haltern, dass das nach unten gegangen ist. Ziemlich signifikant sogar, die Long-Term-Holder, die akkumulieren ein bisschen bei, ja, ungefähr 50 bis 60, 70.000 Dollar. Und jetzt, in der letzten Zeit, haben die angefangen, extrem viele Bitcoin zu verkaufen. Gleichzeitig, wenn wir uns mal diese türkisen Balken anschauen, das sind die Bitcoin-ETFs. Man kann also sehen, dass das Geld von den langfristigen Haltern in die ETFs fließt. Die ETFs, die kaufen also Bitcoin, während die langfristigen Halter Bitcoin verkaufen. Die langfristigen Halter, die haben also angefangen, Profite zu nehmen. Und wenn man sich jetzt auch mal das Ganze etwas detaillierter anschaut, kann man das noch klarer sehen. Der Bitcoin-Preis geht nach oben und hier sehen wir, wie das Angebot oder den Verkaufsdruck von den langfristigen Haltern, wie der immer weiter zunimmt. Und zwar sehr, sehr stark. Das Angebot von langfristigen Haltern ist ziemlich schnell kleiner geworden, weil die Bitcoin-ETFs währenddessen gekauft haben. Aber die Frage ist nur, warum verkaufen die? Okay, jetzt nehmt mal an, dass ihr vor sechs oder acht Monaten Bitcoin gekauft habt. Ich zeige euch mal, wo die gekauft haben. Also, Moment hier. Wir gehen jetzt einfach mal sechs bis acht Monate zurück. Vielleicht teilweise sogar noch länger. Viele Leute, die jetzt verkaufen, die haben Bitcoin hier in dieser Akkumulierung gekauft. Seit einem Jahr haben die Bitcoin die ganze Zeit gehalten. Und jetzt endlich haben die es geschafft, Breakeven zu erreichen und die nehmen einfach Profite, während wir nach oben gehen. Die Leute, die hier zum Beispiel gekauft haben, vielleicht haben die auch auf dem Weg nach unten noch ein bisschen gekauft. Jetzt sind die bei Breakeven. Lass mich das mal ganz kurz ein bisschen erweitern. Jetzt sind die bei Breakeven gewesen und dann haben die angefangen, auf dem Weg nach oben einfach Profite zu nehmen. Und das ist eine Sache, die langfristig gesehen nichts ist, weshalb man sich Sorgen machen sollte. Weil wir sehen halt einfach super viele Bitcoin, die von den ETFs gekauft werden, von Michael Saylor. Und Michael Saylor hat gestern bekannt gegeben, dass er 5,4 Milliarden Dollar Bitcoin gekauft hat. Das war jetzt bärisch für den Markt. Warum? Weil er hat gesagt, dass er schon alle gekauft hat. Das bedeutet, wir wussten, er wird die kaufen. Als er dann allerdings gesagt hat, dass er sie schon gekauft hat, ja, natürlich, dann gibt es kein Geld mehr von ihm zu diesem Zeitpunkt. Er hat mittlerweile schon gekauft, deshalb kein Kaufdruck von Michael Saylor. Zumindest jetzt in der absehbaren Zeit. Das ist eine Sache. Und er wird weiter Geld sammeln, er wird mehr Bitcoin kaufen, aber fürs Erste muss man sagen, fürs Erste gibt es jetzt keinen großen bullischen Katalysator, außer dass Donald Trump da ist, außer dass FTX. Ach so, nee, warte mal, es gibt super viele Katalysatoren, nur halt nichts, wo wir einen besonderen Zeitpunkt für haben. Das ist eine Sache, wo wir ganz genau wussten, es wird bald passieren, in den nächsten paar Tagen. Jetzt hat er gesagt, dass er es schon gemacht hat. Und dann ist Bitcoin halt entsprechend nach unten gegangen und das wird sich weiter fortsetzen. Rumble, die werden bis zu 20 Millionen Dollar in die Bitcoin Treasury packen. Dann die Bitcoin Spot ETFs, ja, gestern hatten wir ein Outflow, lasst uns mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Aber ganz allgemein wird das natürlich weiteren Kaufdruck für Bitcoin herbeiführen. Und die Bitcoin Treasury von Michael Saylor, schaut mal, die geht einfach vertikal nach oben. Das ist zu krass momentan, was wir da sehen. Der Plan ist auf jeden Fall in voller Bewegung. Und wenn wir uns mal Altcoins anschauen, kann man sehen, die halten sich richtig gut. Ethereum befindet sich mehr oder weniger, ja, eigentlich sogar schon fast an einem höheren Preis, als der Bitcoin-Preis angefangen hat. Oder, ja, mehr oder weniger zumindest mal bei Breakeven. Wenn man sich mal Solana anschaut, Solana geht momentan etwas nach unten. Wir sind unter der orangenen Linie. Lasst uns also mal abwarten, wie sich das entwickeln wird. Insgesamt allerdings, achso, Dogecoin noch. Dogecoin hatte einen signifikanten Pullback. Dogecoin ist mittlerweile 20% nach unten gefallen. Das bedeutet, Dogecoin ist immer noch volatiler. Das haben wir allerdings auch erwartet. Deshalb benutzen wir da auch nur ein 8er Hebel, kein 10er Hebel. Aber erinnert euch, diese Sache, dieses Pattern, erinnert euch das nicht vielleicht auch an dieses Pattern hier? Hier hatten wir auch ein Pullback von 23%. Hier haben wir bis jetzt ein Pullback von 20%. Das bedeutet, ganz ehrlich, nur wenn man diesen Pullback gerade sieht und diese konsolidieren, das sieht fast genauso aus wie da. Und danach haben wir einfach einen Pump von 35% gehabt. Jetzt würde ich allerdings sagen, lasst uns mal auch diese ganzen Sachen bei den traditionellen Märkten anschauen. Hier sehen wir auch ein kleines bisschen wackelig aus. Wir hatten einen Pullback bei den traditionellen Märkten von 1% und heute und auch der Rest der Woche, der wird ziemlich volatil sein. Wir müssen uns also auf diese Volatilität vorbereiten. Insgesamt, wie ich immer wieder gesagt habe, ich bin nicht allzu besorgt. Ich habe ja meine Trading-Strategien, wie ihr wisst, wir liegen sehr, sehr schön dabei, dass wir immer noch massive Profite mit diesen Trading-Strategien gemacht haben. Das ist ja der Hammer. Schaut mal, die Position selber ist 53.000 Dollar im Plus. Der Algorithmus ist allerdings 55.000 im Plus. Diese Pullbacks, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich wollte einen Pullback haben. Das ist nämlich fantastisch. Wenn wir nämlich noch weiter nach oben gehen, werden die auf dem Weg nach oben halt noch mehr Profite machen. Wir sind also immer noch im Plus für Bitcoin, für Ethereum, für Solana. Die Dogecoin-Strategie, die befindet sich zwar gerade in einem Verlust, aber schaut mal. Die Position selber liegt bei minus 20.000 Dollar. Der Algorithmus allerdings ist 18.000 Dollar im Plus. Das bedeutet, insgesamt sind wir gerade einmal 1.000 Dollar im Minus. Was werde ich jetzt also machen? Für Dogecoin persönlich liegt die Range bei 0,38 und da sind wir relativ nah dran. Wir werden bald da durchgehen. Wenn wir da drunter gehen, dann werde ich die Range erst einmal nicht ändern. Ich werde erst einmal warten, bis der Bitcoin-Crash komplett ausgespielt wurde, weil wir wissen, früher oder später wird er enden. Selbst wenn wir weiter nach unten gehen, lasst uns mal abwarten, wo wir hingehen. Vielleicht jetzt, vielleicht zu 0,88, vielleicht auch tiefer. Werden wir abwarten. Wir werden halt einfach warten, wie sich die nächsten paar Tage und Wochen entwickeln. Was mich allerdings angeht, ich denke, alles sieht immer noch super bullisch aus. Ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, dass wir immer noch ein Bullenmarkt sind und keinen Grund daran zu zweifeln, dass, was ich gesagt habe, wirklich seit Anfang des Jahres, dass wir seitwärts laufen werden im Sommer und dann gegen Ende des Sommers werden wir nach oben gehen und unsere Altzeit durchbrechen und dann mindestens 150.000 Dollar erreichen. Ich habe keinen Grund, warum ich meine Meinung ändern sollte. Zumindest bis jetzt noch nicht. Warum sollte ich meine, warum auch? Weil es hat sich eigentlich nichts geändert. Wenn wir also nochmal nach unten kommen, bei Bitcoin, die Level, die ich persönlich oder wo ich persönlich akkumulieren werde, meine Strategie geht ja bis 86.000. Wenn wir weiter nach unten gehen, dann werde ich noch mehr zu diesen Strategien hinzufügen und dann werden auch Solana und Ethereum ziemlich große Pullbacks gehabt haben. Ich sage jetzt nicht unbedingt, dass das passieren wird. Ich sage nur, dass falls es passiert, dass ich dann einen Plan habe, wir wissen es ja nicht. Vielleicht gibt es einen Dritten Weltkrieg, vielleicht gibt es eine Pandemie, vielleicht passiert dies, vielleicht passiert das. Können wir nicht wissen, aber wenn wir weiter nach unten kommen, werde ich mehr kaufen. Erst bei 86.000, was hier die untere Range ist, der Bitcoin-Strategie. Dann noch einmal bei 82.000, da werde ich auch noch einmal mehr kaufen. Das sind die beiden wichtigen Level, die ich gerade im Blick habe. Bis dahin lasse ich einfach die Bitcoin-Strategie laufen. Je mehr Volatilität wir haben, umso besser laufen die. Das gleiche für Ethereum, das gleiche für Sol, für Dogecoin und all die anderen Strategien auch, die ich hinzugefügt habe. Ich werde das Ganze also weiter im Auge behalten. Ich werde sicherstellen, dass ich mir Marge hinzufüge, dass der Liquidierungspreis, also falls der weiter unten ist, dass ich nicht liquidiert werde. Solange ich nicht in die Gefahr laufe, liquidiert zu werden, mache ich mir gar keine Sorgen. Die werden wieder umdrehen und diese Assets, Bitcoin, Solana, Ethereum, Doge. Ich bin mir sicher, dass wir diesen Zyklus noch höhere Preise sehen werden, deshalb mache ich mir da keine Sorgen. Die Funding-Rates. Hier, lasst uns mal die letzten 24 Stunden anschauen. Wir haben 600 Millionen Dollar an Positionen gehabt, die geraggt worden sind, liquidiert worden. Die Funding-Rates, ja, die sind eher normal für Bitcoin, etwas erhöht für Altcoins. Da sehen wir einen ziemlich großen Reset. Schaut mal, wenn wir uns die Funding-Heatmap anschauen, kann man sehen, fast komplett grün, überall. Wo wir noch vor ein paar Tagen gesehen haben, dass wir relativ orange gewesen sind bei einigen der Altcoins. Also Funding, das geht momentan wieder zurück, das ist gut zu sehen. Und im Übrigen, falls ihr diese Trading-Strategien auch benutzen möchtet, jetzt habt ihr natürlich immer noch einen besseren Einstieg als vor zwei Tagen. Bei Bitcoin bekommt ihr mittlerweile, was hatten wir gesagt? Moment, wir bekommen einen Discount von, ich glaube, 7,5 Prozent, ungefähr. Ja, bei Ethereum bekommen wir einen Discount von 5 Prozent und bei Solana auch relativ viel. Da haben wir immer einen 13 Prozent. Dogecoin, richtig großer Discount. Da könnt ihr das Ganze mit 21 Prozent Rabatt bekommen. Falls ihr diese Trading-Strategien also benutzen möchtet, könnt ihr jetzt gerade mit einem niedrigeren Preis einsteigen. Ihr findet hier meinen Pionex-Link, da müsst ihr euch anmelden. Dann könnt ihr euch hier die Boni holen und wenn ihr euch angemeldet habt und die Boni geholt habt, habt ihr hier meine Lieblingsstrategien. Bitcoin, Ethereum, Solana, Dolge, das sind die, die ich benutze. Falls ihr die für euren Coin benutzen möchtet, klickt ihr auf diesen Link hier. Dann kommt ihr zu dieser Seite und da findet ihr Cardano, XRP, also eigentlich die meisten der Coins habe ich mittlerweile hinzugefügt. Klickt einfach auf irgendeinen Link, was auch immer für einen Coin ihr benutzen möchtet. Ja, im Großen und Ganzen war es das dann auch schon für das heutige Video. Wie immer vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und wir sehen uns dann im nächsten Video.